Willkommen im Reich der Dinosaurier. In Glove auf Rügen tauchen die Besucher in die Welt von vor rund 235 Millionen Jahren ein. Wer den Ursprung unserer Geschichte auf den Grund gehen möchte, ist hier genau richtig. Denn im Dinosaurierland Rügen werden die einst ausgestorbenen Reptilien wieder zum Leben erweckt. Diese Anlage zählt mittlerweile nach über zehn Jahren rund 130 lebensgroße Dinosaurier-Modelle und geht mit einer einzigartigen Besonderheit voran. Vor allen Dingen unsere beweglichen Modelle. Das ist gerade natürlich der Tyrannosaurus Rex, der wohlgemerkt der größte bewegliche in ganz Deutschland ist, also das größte bewegliche T-Rex-Modell. Das ist natürlich ein absolutes Highlight, ein absolutes Muss. Da sind die Kinder und die Erwachsenen natürlich begeistert. Die rund 4,5 Hektar große Erlebniswelt, auf der sich ein anderthalb Kilometer langer barrierefreier Fahrt befindet, lädt zu einem außergewöhnlichen Abenteuer ein. Der Park legt dabei besonders viel Wert auf die Natürlichkeit des Geländes. Um dieses Erlebnis so real wie möglich zu gestalten, befinden sich die Dinosaurier in wild gewachsener Vegetation. Die ausgesprochen echt wirkenden Urzeittiere werden dabei extra im Ausland angefertigt und auf die Insel Rügen transportiert. Dabei erleben die Besucher die Reise durch die Vergangenheit chronologisch. Man bekommt quasi einen Querschnitt durch die verschiedenen Erdzeitalter, angefangen mit dem Leben auf der Erde bis hin zum Ende der Kreidezeit, wo die Dinosaurier ausgestorben sind, bis hin zu den Tieren, die nach dem Ende der Dinosaurier auf der Erde gelebt haben. Für Pausen eignet sich das Dino-Bistro für den aufkommenden Hunger. Das eindrucksvolle Gelände lässt keine Wünsche offen und sorgt mit einem vielfältigen Angebot neben dem Besichtigen der lebhaften Modelle auch noch für weitere spannende Aktivitäten für klein und groß. Also neben unserem Rundweg besteht die Möglichkeit natürlich für die Eltern sich mit ihren Kindern zu beschäftigen. Es besteht die Möglichkeit ein großes Dinosaurier-Skelet auszugraben. Es kann an der Bärenstelle-Suche und am Bogenschießen teilgenommen werden. Die Kinder haben die Möglichkeit kostenlose Gipsabdrücke anzufertigen, die zu bemalen. Es gibt Türschilder gemacht und es gibt kostenlose Malbette. Wir haben eine Fossilienkiste. Da sind 65 Millionen Jahre alte Fossilien von Insel Rügen drin, die auch gerne mitgenommen werden dürfen. Wir haben vier Spielplätze auf dem Gelände. Wir haben einen kleinen Irrgarten und ein Steinzeitdorf, wo sich die Besucher über das Leben in der Steinzeit informieren können. Nach ereignisreichen Stunden können alle Dino-Fans im Souveniershop ihre Sauriersammlung erweitern oder gar echte Fossilien erhalten. Wer also diese abenteuerliche Reise antreten möchte, ist herzlich eingeladen, das Dinosaurierland Rügen zu besuchen. Weitere Informationen zum Dinosaurierland auf Rügen finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse.